Für einen Tasse Kaffee könnte ich töten. Ich könnte die Enigma-Maschine wieder benutzen. Gut gemacht, Dark Knight. Sehr gut. Du hast genügend Herausforderungen von mir bestanden. Alles, was du jetzt noch tun musst, ist mein Rätsel lösen und alles wird gut. Na dann? Schaffst du das? Mal gucken. Löse dieses Rätsel. Ich habe einen Kopf und auch eine Zahl. Münze. Oft werde ich benutzt. Steht man vor einer Wahl. Was bin ich? Eine Münze. Siehe, Two-Face. Drei gelöst? Anscheinend habe ich dich unterschätzt. Doch bevor du jetzt überheblich wirst, solltest du versuchen, meine nächste Geisel zu retten. Bring dein Handtuch mit. Was? Oh. Da hinten. Da habe ich anscheinend was zu tun. So. Diese Trophäe ist noch eingesperrt. Die werde ich versuchen mal zu befreien. Genauso wie die hier. Ach nee, das ist die ja gar nicht. Entschuldigung. Das war die hier. Was ist jetzt schon wieder los? War hier nicht auf irgendwo dieser... Ist nicht tot. Völlig unmöglich. Da. Ist Stranger zu tot. Gut. Geschieht dem wiesen Bastard recht. Das hieß, glaube ich, jetzt wieder Stufen. Äh, dass ich Kameras wieder sehen kann. Spezialkombo verschrotten. Oh. Verschrotten. Aha. Ach, das ist ja cool. Ja, natürlich. Achso, äh, warte mal. Ich will mal ganz kurz was gucken. Fällt mir gerade so spontan ein. Aha. Clayface. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich Escape drücken. Okay. Ähm. Den Joker. Ja, da haben wir jetzt... Von dem haben wir auch alles. Es fehlen immer noch drei Stück. Wahrscheinlich der Unbekannte erstmal. Oder ist... Nee, das ist Robin. Nee, die Unbekannten haben wir ja auch irgendwo, ne? Äh. Irgendwo hier. Nicht? Ich dachte, den hätten wir hier irgendwo. Den Stalker. Aber anscheinend doch nicht. Ach doch, da. Da. Ich habe keine Angst vor dem Pinguin. Ein hässlicher Zwerg mit Vogelfäde schütze. Nein. Ähm. Hä? Warum ist es nicht kaputt gegangen? Ach so, und da geht es dann jetzt da oben... Ja, okay, dann geht es jetzt da oben rein. Okay. Na gut, dann wäre die Catwoman-Trophäe wäre dann freigeschaltet. Ach so, habe ich denn jetzt irgendeine Kamera... Oder ist denn hier noch irgendwas? Nö. Was Neues ist hier nicht aufgetaucht. Dann werden wir mal ganz kurz hier nach den... Nach den Daten, den Datenladen gucken. Und dann werde ich mich mal um das Riddler-Rätsel kümmern. Wieso schneit es hier die ganze Zeit? Leg das an Mr. Freeze. Weil es kann. Was macht Batman hier überhaupt? Ist das nicht ein Gefängnis? Jo. Ah. Von der anderen ist das immer nicht dran. Es ist Batman. Oh ja. Was ich alles kann. Ein Kampf hier drüben! Also ich musste doch hier rüber... Hier ist es kälter als im Herzen eines Schneemanns. Batman! Er ist hier! Er ist hier! Gott! Er wird gekämpft! Boah! Er ist hier! Er lässt sich das mal lieben. Wenn man hier was von Friedeigentum gehört. Dass man das Friedleben behandelt soll. Er ist hier! So! War hier die? Und da war die was. Er ist hier! So ist gut. werden wir jetzt erstmal hier hingehen nein, ich wollte das wieder ausmachen ok, eine weitere geile wir wissen jetzt auch, dass der Riddler schummelt ich dachte eigentlich, das hätte er ok, aber ok Toll, man sieht Ich wollte gerade sagen, Toll sieht mich keiner, aber ja doch, ok Ich krieg nur Schub, wenn ich den Greifhaken auf größere Distanz einsetze Welcome City Was für'n Dreck Er ist also zurück Er erklärt einiges, ich habe überall in Arkham City diese komischen Fragezeichen gesehen Achso, da Ok, klopf, klopf Und Pong Na los Streng mich mal ein bisschen an So, hier gibt's ne Geisel zu retten, hab ich gehört Da sitzt er, ok So, Rilla, ich bin da Oh Ich hab's geschafft Das ist ein Rätsel, das du nicht lösen kannst Ich habe deine Techniken studiert Und deine lächerlichen Spielzeuge begutachtet Nichts von dem, was du bei dir trägst, wird dir bei diesem Raum helfen Die Geisel wird sterben Und ich gewinne Meinst du? Bitte, hilf mir! Ach ne, äh, das war, äh, Moment Fünf, nur? Ja Was? Wie hast du? Wo hast du? Was ist Betrug? Hast du mich gehört? Betrug? Ach, den krieg ich nicht auf Kannst du mich befreien? Bist du! Hm, das sieht ja toll aus Ah, so mach ich also die Löcher Ah, alles klar, ok Äh Ja, gut, ok Ich wollte eigentlich den anderen erstmal machen Äh, warte, da ist der Ferngesteuerte Achso, das war der Ne, äh, Moment Das war der hier dann Ja Wow Entschuldigung, der hat jetzt so viel vorgeschoben Ach, das Loll Achso, äh, Moment Vier Das bin ich auch Du bist so leer Äh, ja und das sollte jetzt was? Das war's. Was soll ich denn da hin? Achso, ja. Ah, okay. Das war klar. Bitte hilf mir! Ich hab's nicht geguckt. Ah, okay. Kommt man da. Probleme, Dark Knight? Zu viel Druck? Nö. Geht eigentlich bis jetzt. Wieso? Ah, ja. Ja, nun warte doch mal. Ich wollte erst mal gucken. Okay, was macht denn was? Ah, okay. Alles klar. Ich hole dich. Ich hole dich. Ich hole dich. Ich hole dich. Jetzt ist alles gut. Er hat Ihnen die Zahlen gegeben. Hat er? Oh nein. Welche noch gleich? Es ist wichtig. Sie müssen sich daran erinnern. Es war 606 zu... Oh ja, es war 606 zu 120. Sie sollten sich jetzt hier ausruhen und wenn Sie sich besser fühlen zur Kirche zurückgehen. Ich muss Riddler verfolgen. Das witzige ist, es geht irgendwie gar keiner in die Kirche von denen. Okay, 606. Okay, wieder genau falsch. 3, 20, 26, 18, 26, 24, 1, 11, 4, 24, 9, 3, 8, 5, 2, 12, 18, 20, 20, 20. Okay, keine Ahnung, was das war. Es kommt für mich wenig überraschend, dass du versuchst, den Aufenthaltsort zu finden, bevor du genug Geheimnisse gesammelt hast. Das war vollkommen vorhersehbar. Grimpf. Weiß in Ordnung? Hat Riddler alle in der Kirche erwischt? Ich kann nicht glauben, was er getan hat. Ich warte hier, bis ich wieder zu Atem gekommen bin und versuch dann zur Kirche durchzukommen. Tu das. Oh. Nein! Das kannst du unmöglich getan haben! Wie hast du? Wer hat dir geholfen? Schummler! Ich weiß, dass du geschummelt hast! Das ist noch nicht vorbei, Dark Knight! Oh nein! Das macht die Dinge komplizierter! Menschen werden sterben! Und das ist deine, 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 deine Schuld! Da kann jemand nicht verlieren, ne? Ja, ja. Kennen wir. Ciao. Legs me. So. Nachdem wir festgestellt haben, dass der junge Mann nicht verlieren kann und nur am rumheulen ist. Mal ganz kurz gucken. So. Kalt. Dass ich nicht darum denken kann. So. Das soll ich nicht denken. Ach, das Ding war das. Ich weiß leider nicht, wie ich das machen soll. Na gut, okay. Ähm, andere Sachen. Oh. Ah, das ist noch einer. Was ist denn der Blöder? Es ist die blöde Fledermann! Nenn mich nicht blöd. So. Schluss jetzt hier. Die beiden stört das auch nicht. Sehr gut. Ja, super. Ich hab also noch nicht genug und dann... Ja. Also ich hab noch nicht genug und deswegen geht das nicht. Das ist so. Das ist so voraus immer. Ja. Ich frag mich, was im Fernsehen läuft. Nur Schwachsinn. Oh, äh, Entschuldigung. Ich wollte die Katze nicht verkrügeln. Du kannst auch wirklich nicht auf dem Dach laden, kann das sein. Du hast es einfach nicht drauf, Mädel. Du hast es nicht drauf. Ich glaube, das wird mir gefallen. Ach. Ziehen wir an. Entschuldigung. So. Ja, hör auf dich zu lenken. Weiter geht's. Was, Professor? Achso, ja. Spielfiguren wechseln. Ja. Jetzt hab ich's hier ein bisschen übersichtlicher. Oh, ne. Das war die Beschissene. Ja, ja. Ich entsinne mich. Theoretisch könnte ich jetzt ja hier hin. Indem ich die sozusagen frei gemacht habe. Wenn ich raus will, falls ich hier rauskomme, verlasse ich sofort dieses stinkende Gotham City. Mann, ich würde sogar nach Bloodhaven gehen. Ich müsste überall besser als hier. Das steht Blödhaven.